hallo und herzlich willkommen mein name ist tiki boink das ist magica 2 und bei mir ist der brennende firefox ja nicht mehr hallo ist es eigentlich gewollt dass das o in deinem fox groß ist ja ist gewollt weil das kleine o ist schon vergeben ach so ja das ist so so eines der der probleme mit solchen nicknames wahl Aua! Heilung! Der ist irgendwie gerade hin, gell? Ein Bug! Ja! Au! Ich lebe noch! Ich habe einen Gesundheitspunkt! So, kriegen wir den hier noch weg? Wieso leben die eigentlich noch? Oh, der ist unempfindlich, stirbt trotzdem. Ich frag den mal. Goblins? Nicht mein Arbeitsbereich! Okay, und der hier? Gar nichts! Ah, guck mal hier die Ameisen! Yo! Krass! Krasse Texturen Qualität! Ja! Ach doch! Guck mal! Du machst doch nicht alle tot! Boah! Das war instant tot! Boah! 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 Du hast gerade jemanden! Ähm! Ja! Das weiß nur Gott allein! Oh! Jetzt geht's weiter! Ich hör immer noch doppelt Musik! Echt! Echt! Huch! Irgendwo brüllt es gerade! Du kannst deinen Vertrauten genau wie jeden anderen Spieler wiederbeleben! Setz da einfach die Magic Wiederbelebung ein! Mhm! Keine Ahnung! Hat nicht funktioniert vorhin! Oh! Was macht der denn? Was macht denn Vlad da? Äh, ich glaub der saugt die Leute aus! Jetzt hat er versteckt! Oh! Blondervater! Egen! Jemettegneder Christoph! Warum blutet denn seine Hand? Let the quill! Der blutet nicht! Der hat da ein Captain Hook Ding! Nee! Der blutet da! Das hat geblutet! Definitiv! Oh! Guck mal hier! Der Ameisenhügel hier hinten! Hast du irgendwie so ein Ameisenfetisch oder so? Ja! Ich brenne den mal ab! Ah! Scheiße! Ah! Weg mit den Flügeln! Ohlala! Aua! Aua! Also wir müssen schon Abstand von dann halten! Echt? Okay! Okay! Ah! 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 Wie konnte das nur passieren? Besteuerlich Fokusregeneration erhebe ich. Okay, super. Den behalte ich. Was? Ich hab... Wie? Fahrkarte. Ich will so fahren. Ich hab das doch gerade geschafft hier alles. Was mit mir? Einst warm und voller Leben. Springfelder Freude für viele. Der beliebt bei Kindern in der Welt. Warum sind die denn tot? Geht das? Warte mal. Das war vla. Wieso kann ich das wieder nicht? Achso. Nee, den kann ich nicht wiederbeleben. Schade, schade, schade. Was haben wir denn hier? Noch einer tot. Dieser ist offenbar in den Stiefeln gestorben. Ähm. Dun 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 dun. Achso, du machst gerade... Hey, weich denn von uns, wir trennen? Mercy. Ja. Tut 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 tut. Was? Tanz kleines Schweinchen. Tanz? Ganz schnell! Der Super-Happy-Clap-Büt! Oh! Äh... Fast geschafft! Guck mal, du liegst! Lebst du mich wieder? Ja, warte, ich geh... also warte mal... Jetzt! Wo bist du denn? Einfach Taste 4 drücken! Hä? Wacke? Wacke? Wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Einfach nur schnell genug sein! Und vor allem zwischendurch heilen! Aua! Warte mal! Aua! Ah nee, das geht noch nicht! So! Achtung! Und... Aua! Okay! Bist! Boah! Hättest du mal Taste 4 gedrückt, dann wäre ich jetzt... Wird noch am Leben! Na, wir stehen ja kurz davor, richtig? Ne! Äh... Nasenputzpause! Na mach mal! Ähm... Du... 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 Es fanden zwei Zauberorden am Platz sich auf Grenzen... Ich hab's nicht mehr lesen können! Ich war gerade abgeleckt von den Leuten hier! Aua! Hm... Ah, mit Leertaste kann ich überspringen! Das ist gut! Ähm... So, jetzt aber! Jetzt ist die Frage, was können wir denn hier machen? Also, das heißt, wir müssen diese Beschleunigung einsetzen unter Schild! Richtig? Richtig! Theoretisch ja! Also, Schild und die Taste 2 und Go! Oder auch nicht! Taste 4... Aber warte mal! Äh... Feuer... Feuer mal auf... Achso! Mach mal folgendes! Ähm... Feuer mal den Gesundheitsstrahler auf mich! Achso! Hm... Hm... Aber musstest du es auch alleine schaffen eigentlich! Ups! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Geschwört! Moment! Moment! Ah! Ah! Äh... Schadenabsorption! Schild und... und Tod! Witzig! Ja! So kann man es auch machen! Das war easy! Man muss ja nur mal lesen! Ja! Man muss einfach nur lesen! Okay! Hier ist nichts weiter! Hier ist wieder... Ja! Warum sind denn die alle hier kaputten, Leute? Das war Vlad! Meinst du? Nein! Ganz vielleicht! Das glaube ich nicht! Das ist so ein netter, anständiger Kerl! Weißt du? Ich weiß nicht! Der hat was komisches an sich! Meinst du? Ja! Ach, da ist ein Ameisenhaufen da drüben! Guck mal! Was kann ich tun? Was kann ich tun?! Oh nein! Halt! Oh nein! Halt Menschen! Haha! Warte! Warte! Menschen? Richtig? Oder helfen? Schlagen! Oh! 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 Wo bin ich denn? Da bin ich. Ach, ist doch nicht wahr jetzt hier. Mist viel. Nein! Oh. Warte. Ja, wahr. Doch, jetzt aber. Ich komme manchmal mit den Sprüchen, die überhaupt nicht zurecht. Ich schade mich, egal, das irgendwas anzumachen. Der Sticks kann hier weg. Oh, schön. So, jetzt aber. Nichts Interessantes, nur etwas Filmschrott. Hä? Filmschrott? Juhu! Wir haben nicht alles gefunden, Schiki. Nein! Oh, egal. Was auch immer diese Artefaktstufen sind. Weiß nicht. Oh. Feuer und Schild. Ist ein Schild. Mhm. Oh, die Musik ist cool. Die Plaske, 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 Veradära, ist Crystal Paddel. Irgendwas mit Dieter. Irgendwas mit Dieter. Irgendwas mit Dieter. Habe ich jetzt verstanden. Mojang. Mojang. Okay. Er macht Sachen. Guck mal, der war baden mit dem Toaster. Warum weint der denn hier? Oh, hier ist ein Buch. Warte mal. Ähm. Ich würde mich jetzt bewegen, Schnell. Wie weit können wir denn hier raus? Keine Ahnung. Toll. Oh. Ha, ha, ha. Ah. Ich würde abhauen. Uh. Was ist mit ihm denn da los? Ah, ah. Wer denn? Oh. Das ist fantastisch. Oh. 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 Halber. Ja. Halber. Oh. Wir haben Schutzpanzer. Du, die hat einen Schutzpanzer. Ja, ohne für ihn. Okay. Oh, das war böse. Ja. Ach, das schöne Akkordeon. Oh. So. Woher? Hm? Was? Okay. 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 Au. Nein, 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 nicht schon wieder. nicht die strahlen kräume also auch gerade die krisen ein warum werde ich nicht immer teleportiert schon wieder ich glaube dieses einstehen mögen die nicht ne oh ich bin eingefroren oh ich bin eingefroren ok hey bleibt aber stehen ok guck mal hier jetzt habe ich dich richtig vorgeheilt jetzt bin ich mega geheilt aber mega geheilt ey ich bin hier ganz leicht mit dem wasser gelaufen ins wasser darfst du nicht laufen nanomillimeter ok oh 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 nein! Da hinten kommt noch ein dicker. Oh, da kommt noch einer. Arena! Ach, wie müh! Hier! Wo bist du? Ach so! Ach, da kommt noch wieder. Falsche Tasten! Oh nein! Nein! Ich bin tot! Vier! Ich bin tot! Kapott! Boah! Ich lösche das Feuer jetzt hier. Weißt du, machen wir was Gutes oder was? Mehr geht nicht. Scheint so. Oh, die lösen sich auf. Schade! Oh, das war aber... Puh! Ja! Anstrengend! Schaf Haar! Oh, was ist mit ihm hier? Oh, da sind Robben da hinten! Robben! Robben schlachten! Oh! Oh, was? Was ist mit ihm? Oh, das war ja. Das war doch eigentlich nicht. Wääh! Meine Fresse. Achtung. Teile. Teile Schrutsche. Oh, der arme Baum. Oh. Du musst, äh, things auf den Wirk. Oh, ich beschöne dich. Oh, ich muss die Fehler drücken. Wie wäre die Stattung? Jetzt, 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 ich muss warten, ich muss warten, ich muss warten. Ja, ich sehe nichts mehr, ich beschöne die Stattung. Das ist doch, also. Äh, vier, wenn's geht's. Jetzt bin ich tot. Oh mein Gott. Ey, Alter. Wer hat mich denn jetzt gekillt? Bodybuckle? Oh, Mann. Ey, ey, ist so unkoordiniert. Ich schaff das gar nicht so schnell, die ganzen Sachen zu aktivieren. Das ist ja amal. Komm, mit ihr kann man reden. Oh nein. Können wir ihn wiederbeleben? Nö. Ähm, das müsste so gehen. Warte, ja. Ja, hat geklappt. Ja, ich bin nass. Wie Goffrey de London, plassgewander. Ich kann nicht, äh, warte. Jetzt wirst du nicht mehr nass. Hey. Du verließ, jetzt bist du nicht mehr nass. Ja. Toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, guck mal, jetzt bin ich draußen. Also hier ist es so ein Secret, oder? Pff, hier ist es immer ein Secret. Also auf jeden Fall ein Secret, pass auf. Ja. Oh. Wintertäter, kommst. Cool. Ist klar, dass du es dicker und... Ui, 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 vorsichtig. Ja. Mann, 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 Mann. Und das sind für Anton. Hast du mich gerade getötet? Ich hab gar nichts gemacht. Boah. Oh. Warum heile ich den? Verdammt. Boah. Warum heilst du den? Ich heile den gar nicht. Oh. Äh, vier? Ich hab gerade noch gedrückt. Hm. Oh. Entschuldigung. Also ich hab mich gut geschützt gerade eben. Ja, ich hab's gesehen. Oh, nicht schon wieder. Ja, vier Zoffeln. Was ist das denn? Äh, vier. Oh, schnicki. Ich bin tot. Warum sterbe ich die ganze Zeit? Bitte nochmal die vier. Ja. Ich hab keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit sterbe. Weil ich hier mal einen Vogelhugel drum hatte. Ach so. Darfst du hier mich reinbrennen? Ah, vier. Vor allem. Deine Vögel sind echt kacke. Fireform. Ach man. Vier. Ah, die Mucke ist cool. Jaja. Aua. Ey, der Typ hat Bomben. Ah. Okay. Oh, ich glaub wir haben's geschafft. Oh, schade. Ey. Ich hab's genau gesehen. Oh, das war eine Tour de force. Ah, der Tour de France. Ah, der Tour de France. Pfff. Ich glaub wir, sind wir nicht an dem Break-Even angelangt? Ja, wir sind an dem Break-Even, sind wir locker angelangt. Gut. Dann ähm. Ja, was würde ich sagen? Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Also wir beide wünschen euch das. Und wir hoffen, ihr seid erst mal wieder mit dabei. Bei diesem chaotischen Rumgedingsel. Genau. Er ist völlig, völlig vom Spiel eingesogen. Er hat gar keine Möglichkeit hier irgendwelche Sprüche zu klopfen. Ja, egal. Ähm. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschö. Tschö.